Moin Leute, herzlich willkommen. Hier wird zocken wieder Timberborn. Ich habe zwischen den Folgen diesmal glaube ich nicht vorgespult. Zumindest sind hier überall noch die Gebäude im Bau, was wir am letzten Mal gemacht haben und ich habe mich jetzt entschlossen hier aufzufüllen. Da konnten eh keine Bäume gepflanzt werden und hier nochmal wegzusprengen, dass wir hier produktionstechnisch nochmal irgendwie ein bisschen was hingebaut kriegen. Weil in dem Distrikt stellen wir halt noch gar keine Roboter her und ja. Irgendwie müssen wir noch mal gucken. Und hier das ganze, im Schnitt haben wir ja irgendwie 100 PS drauf. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Unser Projekt scheint sich energietechnisch fast selbstständig zu tragen mit drei Pumpen. Aber halt auch wirklich nur, wenn wir hier wirklich die 100, knapp 100 haben, aber bei 22 Stück 2.200, 700 brauchen die, 2.100. Schon crazy. Ich weiß halt auch nicht, ob wir es hier vielleicht nochmal höher gestaut hätten, ob die dann hätte mehr gepumpt. Auch eine gute Frage. Aber gut, wir lassen die mal eben hier so ein bisschen machen. Bezirkstechnisch ist das alles ganz gut, wobei wir glaube ich hier deutlich mehr Wohnraum bräuchten. Wir haben noch 26 freie Betten, das geht eigentlich. Wir haben noch genug Jungbiber. Sollte eigentlich passen, ne? Wir müssen halt nur ein bisschen Blick auf die Roboter haben. Jetzt gar nicht, lagern wir hier auch schon. Hier lagern wir noch keine Roboter-Teile. Wenn man sich das ja irgendwie hier so abspielen wird. Hier auf 1. Hier sprengen wir ja noch rein, ne? Hier kommt ja auch noch Platz hin. Aber wir müssen ja auch mal einen Weg hoch, also wäre eigentlich gut hier. So. Hier würden wir halt nur ein 3er Gebäude draufkriegen. Okay, wir haben das nicht gemacht. Und dann können wir hier auf jeden Fall schon mal Köpfe und Gliedmausen einlagern. Das ist ja das, wovon wir auf jeden Fall am meisten haben. Und es bleibt immer noch die Frage aller Fragen, wie wir da hinterher hinkommen, ne? Okay. Wir hätten ja hier den Weg jetzt. Der ist eigentlich ganz gut. Weil wir dann so eine 3er Aufteilung haben. Wir müssen halt nur gucken, wie wir energietechnisch da vernünftig hinkommen, ne? Das ist alles schwierig. Und das ist noch alles schwierig. Weiß ich noch nicht, wie ich es realisieren soll. Und theoretisch können wir den hier wieder wegnehmen. Hier war ja nur kurzfristig, weil die da nicht aneinander gestoßen sind, ne? Der hier, der dürfte doch theoretisch... Ah doch, der hat Einfluss. Okay. Aber dann machen wir das einmal so in der Hoffnung, dass die das schnell wieder zusammenbauen. So, bleiben wir hier auf der Höhe von oben? Eigentlich nicht, ne? Wir könnten das aber anders machen. Wir könnten das so machen. Ich weiß halt nicht, ob wir die Verbindung überhaupt brauchen, ne? Aber bevor wir hier hinterher wieder unsere Energieversorgung irgendwie auseinander kloppen müssen, machen wir das jetzt direkt einmal vernünftig. Ja, da müssten wir dann halt nur von hier hinten aus anfangen zu bauen, ne? Aber gut. Das ist dann so, ne? Weil wir halt hier wirklich gucken müssten. Ich glaube, wir müssen hier mit ran. Machen wir den am cleversten. Kommen wir hier irgendwie gescheit rüber? Ne, nicht wirklich, ne? Und wenn nur so. Dann hätten wir da auf jeden Fall auch nochmal ne Verbindung irgendwie hin. Dann können wir überlegen, hier noch Häuser hin zu machen. Dann können wir hier oben auf jeden Fall nochmal ein paar Metallsammler machen. Weiß gar nicht, haben wir hier schon irgendwo Altmetall? Ne, ne? Das würde ich dann theoretisch auch gerne hier hinten haben irgendwie. Ist alles schwierig, ne? Die Schmelzerei ist halt das tiefste. Könnte man da hin machen. Ich probiere jetzt einfach mal eben ein bisschen aus, weil das, äh... Also könnten wir hier noch ne Verbindung rüber machen. Ja, aber wie gesagt, mit vier ist das ja auch schon das tiefste, was geht, ne? Das heißt, was bräuchten wir denn hier auf jeden Fall noch? Eigentlich produzieren wir hinten genug Bretter und so, ne? Eigentlich. Aber wir wollen ja auf jeden Fall dann hier, äh... Roboter zusammenbauen, das ist ganz klar. Die Häuser in den Riemen brauchen wir auch noch. Äh, nein. Das Ding. Das passt so nicht. Robotergehäuse, beziehungsweise, was stellen wir denn sonst? Wir machen nur Robotergehäuse, ne? Den Rest lassen wir uns alles zuliefern. Aber wenn ich mir das so angucke... Machen wir hier zweimal Gehäuse hin, glaube ich. Sollen die dort ruhig exportieren. So, jetzt hätten wir halt die Möglichkeit oder müssen... Damit darüber, aber das funktioniert nicht, weil das mittig angeklemmt werden muss. Das ist ja wieder super. Und das heißt, dann funktioniert das Gebäude hier schon mal nicht. Und so machen wir uns alles dicht. Und das heißt, wir können hier kleine Läger hin machen. Das würde funktionieren. Aber was kriegen wir hier? Kriegen wir hier noch irgendwas schöneres hin, was 3 hat? Ne, ne? Selbst wenn wir hier sagen, ich brauche die Bretter, Zahnräder, Metallblöcke. Dann können wir jetzt mal die Bretter, Zahnräder, Metallblöcke produzieren wir dann alles hier. Dann können wir hier wirklich kleine Lager hin machen. Ich glaube für Gliedmaßen haben wir noch keinen. Ne, Gliedmaßen hatten wir. Körper, genau das ist richtig. Dann können wir hier gucken, dass wir hier Altmetall, das kann ich in dem hier gar nicht. Aber was brauchen wir denn sonst noch? Brauchen wir hier Essen? Zahnräder und Bretter sollten wir hier lagern. Und dass wir hier so einen kleinen Umschlagsplatz haben, aber das geht auch nicht in dem Ding. Das heißt, wir brauchen die hier. Das heißt, einmal für Bretter, einmal für das und einmal für das. Das Holzlager haben wir ja direkt da dran. Okay, jetzt müssen wir den Weg noch weiter vollkriegen. Katastrophe hier. Was machen wir denn noch hier? Wir machen hier Weizen. Sollen wir hier noch Brot herstellen? Metzenmehl haben wir mehr als genug. Also theoretisch, wir können auch locker noch Sachen herstellen. Aber was haben wir denn noch, was 3 groß ist? 3x3. Jetzt sind nur die... Lass mal weiterlaufen. Jetzt sind nur die blöden Sachen alle, ne? Druckerpresse kriegst du da auch nicht mehr zwischen. Dann haben wir hier noch ein paar Bücher drucken. Dann könnten wir halt Papier herstellen. Wenn wir uns einmal zu früh misst. Das geht nicht so auf, wie ich das gern hätte. Aber das geht auch nicht auf, wie ich das gern hätte. Das ist doch alles doof. Das ist doch alles doof. Nehmen wir den doch da weg. Dann können wir hier was vernünftiges hinmachen. Dann könnten wir da irgendwie noch was zweitief ist hinmachen. Und unter Umständen sogar noch eine Treppe hier hoch. Aber da bleibt uns nicht viel übrig, was da reinpassen würde. Das sind ja alles nur die Holzbearbeitungssachen, ne? Aber wie gesagt, wir könnten hier Papier Papier Papier, aber jetzt haben wir da natürlich keine Verbindung rüber. Das ist jetzt natürlich schlecht. Wenn wir da so auch keine rüberkriegen würden. Ne, das ist jetzt alles doof. Warum ist denn das jetzt so? Warum ist denn das jetzt so? Also können wir das hier dann lassen. Weil dann da die Energie drüber hin abgegeben wird. Und dann machen wir hier nochmal Bretter hin. Ja, das sollte funktionieren, ne? Jetzt haben wir aber auf der Seite hier noch keine Energie, ne? Jetzt ist das denn alles so kompliziert. Da kommen wir auch nicht mehr mit Energie hin. Okay, ähm, was habe ich denn da jetzt weggerissen? Okay, das hat sich dahin verschoben. Das ist okay. Okay, dann können wir aber hier sagen, machen das dann nochmal so. Machen wir auch nochmal die Robotergehäuse hin. Das kriegen wir jetzt da rein. Könnten wir halt ein großes Lager reinmachen, ne? Aber für was? Ja, oder wir machen... Bretter, Zahnräder, Metallblöcke. Ja, aber es ist ja stimmt, das ist ja nicht, was der Arbeitsplatz braucht, ne? Okay, die Roboterfabrik für die Gehäuse braucht Biokraftstoff. Wollen wir denn hier noch Biokraftstoff herstellen und einlagern? Oder machen wir hier noch ein... Das ist alles schwierig, ne? Was wollen wir da machen? Habe ich nochmal so ein riesen Biokraftstoff-Ding? Ein riesen Lager für irgendwas. Das macht halt alles wenig Sinn, ne? Oder wir machen hier nochmal... Wohl doch, wir könnten... Ne, da haben wir einen Schlepperposten. Könnten da nochmal einen Schlepperposten und so hin machen, ne? Und da haben wir einen Schlepperposten und was kriegen wir hier noch für ein großes Gebäude mit hin, was keine Energie benötigt. Die Raffinerie ist dahinter frei, das will ich nicht. Wenn das alles zu groß, macht auch wenig Sinn, ne? Dann müssen wir hier echt dann mit der Nahrungsfabrikation anfangen. Aber die Bäckerei ist halt auch doof geformt, ne? Die sind halt auch doof geformt. Wir bräuchten halt irgendwas, was 3x3 ist. Wieso haben wir denn keine 3x3 Gebäude? Außer die Lager. Das ist alles dumm. Warum ist das so dumm? Ich lass mal Zeit wieder weiterlaufen. Das ist alles zu groß, ne? Alles zu groß, aber da braucht halt Energie. Und hier ein Monument hinzusetzen ist ein bisschen übertrieben. Kann man lieber hinterher gucken, da hinsetzen. Da bin ich grad echt so betriebsblind, dass mir kein Gebäude einfällt, was ich da reinsetzen kann, was 3x3 ist. Das sind halt echt nur Gebäude, die wenn Energie benötigen, ne? Ha, mal gucken. Vielleicht brauchen wir doch noch irgendwie einen Platz für ein Lager. Wir warten uns mal ab. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier irgendwie gucken. Jetzt würden wir hier 3x3 rauskommen. Papier haben wir jetzt da schon hingemacht. Wir brauchen auf jeden Fall die Metallgeschichte, ne? Wo haben wir es denn? Wir können jetzt hier einen nach unten ausweichen. Wir könnten hier Weizen produzieren, ne? Moment. Wir müssen doch so bleiben. Wie viel sind denn das? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das würde passen, ne? Ähm, nein. Da. Ich würde die, glaub ich, noch wegsprengen. Wir machen hier noch 4 Dinger hin, äh, 4 4er hin. Und hier unten können wir dann gucken, was wir noch hin machen. Den können wir eigentlich auch direkt austauschen gegen, ne? Moment. Eventuell will ich hier noch Mügel hin machen. Wir machen direkt so einen da hin. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen gucken. Wir müssten natürlich hier irgendwie gucken, dass Prioritätentechnisch irgendwie die Reihenfolge ein bisschen eingehalten wird. Ja, Sport ist safe. Und wir haben wieder irgendwo einen Roboter-Giebel zu wenig. Ähm. In Distrikt 3. Distrikt 1 hat ganz viele. Wir warten einmal so. Oh, 10 Stück. Also mittlerweile geht die Produktion wieder hoch, ne? Also das ist nicht verkehrt. Aber es gehen auch viele kaputt weiterhin. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, geht das hier in dem Distrikt doch alles ein bisschen schleppend voran, ne? Ich weiß nicht, haben wir hier wirklich zu wenig Leute? Die arbeiten. Wir müssen unbedingt mehr Möhren ziehen, ne? Wenn wir das hier unten noch in Möhren fällt, ich weiß es nicht. Unbedingt mehr Möhren, ne? Wie sind das hier eigentlich mittlerweile? Schaffen die das überhaupt komplett? Ja, das sieht recht gut aus, ne? Und das sieht ja alles recht gut aus. Wasser macht mir ein bisschen Gedanken, aber es steigt. Also wir pumpen auf jeden Fall mehr als wir verbrauchen. Ich weiß halt nicht, ob ich die Pumpen hier vielleicht doch wieder mit aktivieren müsste. Bevor wir irgendwie nachher böse überrascht werden, machen wir es mal einfach. Hier oben pumpen wir auch mittlerweile drei Stück. Das ist ja alles ganz schick, ne? Hier wird auf jeden Fall auch eine ganze Menge durchgetauscht. Immer noch. Weiß halt immer noch nicht, ob das irgendwie gut priorisiert von mir ist oder nicht. Aber es funktioniert irgendwie. Vor allem wenn halt an den Überkabelpunkten auch Roboter arbeiten, dann geht das ja eigentlich recht zügig. Ja, aber... Ja, macht jetzt wahrscheinlich erst das Gebäude hier fertig, wie ich euch kenne. Okay, der hat hier auch alles weggeholzt, sehr gut. Und dann ist die Ebene hier demnächst auch frei. Guck mal, das hätte ich hier fast vergessen. Das können wir auch irgendwie nochmal wegsprengen. Und dann haben wir hier die Wege auch nochmal vereint. Gucken, was wir da noch hin machen. Auf jeden Fall haben wir hier auch schon mal die Produktionsenergie-Linie. Unsere Speicher sind nicht komplett gefüllt, ne? Also wir verbrauchen teilweise echt gut. Ich nehme an, dort hier hinten wird mir doch ein bisschen Energie wegziehen. Aber ich glaube, wir können es uns leisten, ne? Die Energieversorgung ist ja doch deutlich höher, ne? Auch wenn das hier wahrscheinlich noch eine ganze Menge mit dazu beiträgt, dass das positiv bleibt. Aber... Ich glaube, ich muss mal die Arbeitszeiten wieder erhöhen. Sonst kommt hier nichts voran. Ja, wir können aber auf jeden Fall schon mal hier die Schmelze wieder hin machen. Dass wir die schon mal haben. Zählt doch da auch als verbunden, oder? Nicht, dass ich da gleich wieder einen Ausrester schiebe. Ja. Und dann können wir nämlich hier jetzt gleich noch schön ein paar Vierergebäude reinsetzen. Dann machen wir unter anderem hier nochmal die Druckerpresse, zwei Stück von rein, dass wir nochmal Bücher und Lochkarten hier herstellen. Dann können wir theoretisch hier auch nochmal zum Umschlagen Papier hin machen. Und Lochkarten und theoretisch auch ein paar Bücher zum Zwischenspeichern. Wie gesagt, die kleinen Läger sind halt nicht die besten, aber... Ich glaube, um da mal so ein paar Sachen zwischen zu speichern, ist das ganz okay. So, dann haben wir das jetzt hier auch endlich frei. Zwei Druckerpressen. Einmal Lochkarten. Wollen wir uns jetzt für die Druckerpresse freischalten? Ich weiß es nicht. Bücher. Ja. Aber er hätte doch noch irgendein Gebäude. Meine ich. Was ich hier hinsetzen wollte. Ja, wir können mal gucken, wenn wir hier die anderen Teile auch noch herstellen. Wäre Metall auf jeden Fall nochmal ein Ding. Da machen wir noch ein Metall mit rein. Ja, wir können die erstmal fleißig bauen. Da ist auch wieder maximal dumm irgendwie. Ich glaube, hier die Energie noch hinzuziehen ist echt dumm. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir sollten auf jeden Fall hier in der Ecke auch noch ein bisschen Wohnraum schaffen dann. Das ist auch alles nicht so geil. Wir müssen hier irgendwie mit Dekorationen arbeiten, keine Ahnung. hier machen wir nochmal irgendwie so ein Overkill an. Das ist auch der Einkehr. Dann machen wir den da hin. Den da hin. Weil die Laterne wird halt so gut wie nix bringen. Das ist echt schade. Die Sachen haben halt nur einen sehr geringen Radius. Und ich weiß gar nicht, was gäbe sonst noch was. Das wäre erstmal soweit alles. Und dann machen wir denen aber hier noch so ein Ding mit hin. Wenn die sich die Zähne schleifen, kriegen die das maximale Wohlbefinden. Vielleicht sollten wir hier auch nochmal ein bisschen Wasser hin machen. Dass wir vielleicht auf der Seite hier auch nochmal Wasser anbieten können. machen wir hier in die Lücken rein. Die Sachen, die da hinten so ein bisschen zu kurz kommen. Jetzt müssen wir aber hier nochmal eben priorisieren, damit auch die Energie durchkommt. Weil sonst haben wir nämlich nix gewonnen. So, wir haben jetzt hier wahrscheinlich sechs freie Arbeitsplätze, wenn ich doch da oben richtig sehe. Ähm, Distrikt 4. Ne, doch nicht. Wer hat denn? Distrikt 3 hat sechs Arbeitsplätze frei. Was denn da los? Und nur drei freie Betten. Okay, wir müssen mal eben gucken, was in Distrikt 3 abgeht. Äh, Distrikt 3 ist hier oben der, ne? Okay. Wir haben Distrikt 3 ein bisschen vernachlässigt anscheinend. So, wie kriegen wir denn hier nochmal am geschicktesten bisschen Wohnraum drauf? Na komm, Autosave. So, wir könnten das so zubauen. Dann wäre es gut, wenn wir dahinter nochmal lang kommen. Müssen wir dahinter nochmal lang kommen. Ist alles, alles irgendwie nicht so prickelt, ne? Na, was haben wir denn hier? Wir könnten hier noch eine Treppe hoch machen. Und dann hier irgendwie noch drauf bauen. Oder wir bauen da hinten noch was. Aber ich glaube, wir bauen lieber hier oben, ne? Ich würde hier oben glaube ich jetzt auch hier nochmal irgendwie so machen. Theoretisch dürfte ja, wenn wir hier ein einstöckiges Haus hinbauen, das nicht oben kollidieren, oder? Also sprich, dass mir das irgendwie was von dem wegnimmt. So, dann gucken wir mal eben kurz, was können wir denn hier noch gut setzen? Na, hier wären wir so ganz fein. Okay, ja, ich glaube, wir lassen es erstmal so und gucken mal, wie sich das auskommt, ne? Irgendwie ist das gerade ein bisschen... Ein bisschen komisch, was ich hier mache. Dieses organische Wachsen. Okay, ja doch, Moment, ich glaube ich sehe, was sich das hier entwickelt. Dann haben wir nämlich hier noch für sowas Platz. So, den Weg sollten wir uns vielleicht noch offen lassen, je nachdem, was wir da noch machen wollen, ne? So, aber das sollte ja erstmal hoffentlich genug Platz sein. Hier bin ich mir noch nicht sicher, wie wir das am schönsten hinkriegen. Wahrscheinlich gar nicht, die Ecken sind halt echt doof. Bleibt auf jeden Fall irgendwie eine offen. Müssen wir dann halt irgendwie von unten was drauf bauen, ne? Können wir ja ein Dach oder so drauf machen. Ähm... Wer hat denn dann hier das beste... Na, klick doch. Irgendwie so. Und so. Und so. Ich glaube ich sogar hier direkt so drangehen. Und so, ne? Können wir hier noch einen Treppenaufgang irgendwie hin machen. Und alles ist schick und verbunden. Und dann machen wir nochmal eben hier... Dekoration machen wir hier auf die Ecken ein paar Dächer. Und dann passt das doch eigentlich schon. Und dann sollten wir doch jetzt theoretisch hier auch welche rüber migrieren können, ohne dass wir Probleme kriegen, ne? Von 1 zu 3. 6 Stück. 1 hat auf jeden Fall genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 10. Oh nein. Shit. Das waren... Roboter. Ich brauche ja Erwachsene. Oh, teilst hier jetzt wieder richtig auf. Ja, ne? Jetzt haben wir zwar in Distrikt 3 irgendwie 8 Roboter, aber... Das wird schon passen. Die Distrikte werden mittlerweile auch übertrieben groß, ne? Also muss man einfach so sagen. Hier wird es Zeit, dass die mit ans Netz kommen. Ich versorge, mein Netzwerk ist im Moment nicht so geil, ne? Das muss man einfach so sagen. Also entweder ich muss halt wirklich gucken, dass ich irgendwie hier hinten drüber nochmal mit Stelzen irgendwas hinkriege. Und dass man irgendwie hier nochmal versucht, als Projektwasser abzugreifen. Die Frage ist halt nur wirklich, wie komme ich hier hin, ne? Das ist echt eine Katastrophe, da hinzukommen. Ja, aber wir probieren es einfach mal. Also wie man das runterbauen konnte man, ne? Ich glaube 2 oder 3. Ja, das ist halt die Frage, wie mache ich das hier am cleversten, dass ich da runterkomme. Ah, müsste ja schon 3 wegsprengen. Ich muss mich da beim Sprengen glaube ich irgendwie rantasten. Mal theoretisch könnten wir den ja hier auch schon. Ja, ich glaube, wir gucken mal, wir gucken mal was draus wird. Ähm, aber ich glaube in der Folge war es das erstmal. Na, ich würde hier nochmal eben kurz ein bisschen laufen lassen, damit hier hinten vielleicht die Baustellen da eben fertig werden. Dann können wir da hinten weiter gucken, wie wir da noch Wasserkraft Energie gewinnen können. Und schauen mal, ob dann hier weiter läuft, was dann benötigt wird, ne? Wir sehen hier schon wieder ein paar Sachen. Alles klar. Aber hier zum Beispiel Kastanien sind auch irgendwie momentan nicht mehr... Nicht mehr gut, wa? Und hier sind die Metallblöcke am Eimer. Na gut, jetzt sind wir ja gerade am versorgen, dass es ein bisschen schneller geht, ne? War es auch fast fertig. Na gut, wie gesagt. Lasst gerne ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Schreibt gerne was in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Wenn ihr noch nicht habt, ein Abo wäre auch sehr nice. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Auf geht's.